damierplex ja natürlich hasse ich diesen fucker aber es ist auch ein hässliches pokémon man sehe sich bitte die fresse an moin hallo und herzlich willkommen zum zweiten teil meines pokémon tier videos ich ranke pokémon aus allen generationen in meinem letzten video das ihr vielleicht hier sehen werdet habe ich ja die erste generation gerankt von dieser samen bis mü die kanto generation muss gerade noch überlegen wie die hieß und heute geht es mit joto weiter ich sag's gerne nochmal das ist meine persönliche liste niemand hat hier einfluss drauf und legen wir doch mal gleich los eine sache noch vielen lieben dank dass ihr alle so viel positives feedback hinterlassen habt und euch diese videos gefallen davon werde ich natürlich jetzt mehr auch machen also nächste woche kommt die höhenregion also pokémon nummer eins endivier ja das ist ein art hier das süß loreblatt immer noch a megania finde ich geil megania hat dann diesen diesen kragen der sich dann vergrößert hat und zur blume geworden ist es ist ein dinosaurier man sieht jetzt also man hat ja bei loreblatt schon gesehen es wurde halt dieser lang heiß brachiosaurus oder so glaube ich und hier ist es einfach mal groß diese fühler danach dazu die blume die farbe ich mag die kombination alles das ist ein s tier perfekt ist wunderschön feurigel ich glaube das ist mein lieblings starter pokémon dieser generation das oder das nicht ich kann es nicht sagen aber dass sie sieht so liebevoll aus es hat diese netten augen diese geschlossenen augen es ist süß ist es ein feurigel es wird gesagt dass es ein igel pokémon ist aber es ist kein igel pokémon sondern ein maus pokémon also es gibt diese fan theorie dass alle feuer starter pokémon nach dem chinesischen horoskop gehen also wir haben ja glumanda gab ein drache dann haben wir jetzt ein feurigel das ist eine ratte bzw maus danach kommt ja küken der hahn dann kommt der affe dann kommt das schwein nach dem schwein kommt der hund und dann kommt die katze und jetzt haben wir den hasen das sind jetzt acht generation ist acht tiere das heißt vier bleiben noch übrig die tiere die demnächst eventuell kommen könnten sind fährt ziegel oder schaf kommt darauf an welcher wo man liegt schlange und ochse beziehungsweise stier der tiger und die katze da gibt es jetzt einen unterschied also zum beispiel vietnamesischen raum hat man stelle des hasens die katze aber die katze kann man natürlich auch als tiger sehen dementsprechend wäre der tiger auch schon dabei gewesen also es gibt noch vier tiere die noch stattfinden müssen könnt ihr euch merken wird es der ochse die schlange der die ziegel oder das pferd eines der tiere wird es wenn sie nach dem system gehen aber jetzt genug trivia feurigel s-tier geiles pokémon liebes liebes eagle lava immer noch gar so mit diesen diesen geilen hero würde ich mal sagen hart hier tornuptu ist fett tornuptu ist halt dieses riesige vieh mit diesem kragen diesen kranz ich mag diesen feuerkranz das ist badass wenn tiere mit ihren feuerfähigkeiten spielen und daraus kleidung machen was irgendwie in dem fall dann das sinn ergibt als jetzt echte physische kleidung finde ich einfach geil ja das war bei megani schon so mit ihrem blumenkragen ihren deren ihr wisst was ich meine und bei tornuptu ist es also finde ich geil hat was von endeavour aus my hero academy das ist geil beziehungsweise endeavour hat was von ihm oder hier der gott des krieges mit seinem feuerbart aris kanimoni ist hier es ist so ein lustiges pokémon ist die ganze also ich mochte es im anime sehr das ist einmal so rumgetanzt und es ein bisschen spielerisch war es sieht mega süß aus kann man nicht sagen kann man nicht sagen äh tyra krok mag ich nicht ist ein b tier ist ein b tier infagator infagator guckt ein bisschen guckt ein bisschen psycho aber gefällt mir trotzdem noch aber ist trotzdem ist trotzdem nur ein art hier sorry wie so mhm ja b tier wie senior ganz süß finde ich ein bisschen süßer als wieso auch ein b tier huthut eines der ersten vogel pokémon die man sieht finde ich ja b tier noctur sieht cool aus gutes b tier ladybar zählt hier ledian dagegen ledian sieht cool aus ledian ledian hat was ist irgendwas von carmen rider das gefällt mir ganz gut ähhhh ein b tier weberrack weberrack sieht süß aus für eine spinne mit sechs beinen spinnen haben acht beine also es ist gar kein arachnoid hm ich mag das mit dem gesicht drauf das ist eine gute idee erinnert mich auch ein bisschen an zelda wobei die spinnen bei zelda ein bisschen mehr creepy waren mit dem toten kopf äh äh ist ein gutes b tier ariados 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 ja b x-bat x-bat finde ich sieht geil aus x-bat x-bat ist garstig x-bat ähm mag ich irgendwie finde ich besser als jetzt äh golbert natürlich golbert war so super aber x-bat guckt die ganze Zeit nach und mit diesen x flügeln ja was kann man gegen x flügeln schon sagen das ist eine art hier lampi ach ja die mischung wasser elektro fand ich ganz cool finde ich ganz cool die mischung aber b tier lantern ihr merkt hier ist ein bisschen weniger bezug zu weshalb ich die auch nicht ich sehe die nur nach der optik ich kenne äh nicht so viele ob die noch in der serie vorkamen oder so ich gehe überwiegend durch optik jetzt aber auch bei pokémon kanto auch überwiegend optik aber da ein bisschen hintergrund geschichte aber kennt ihr eine geschichte zu lantern könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben äh ein b tier ah das pikachu der generation das pikachu der joto generation sieht natürlich mega süß aus ist eine sinnvolle vorentwicklung finde ich sieht süß aus hat halt diesen das sieht doch ein bisschen wie eine krawatte aus das mag ich ne wie eine fliege aus also wenn pokémon eine fliege haben sieht richtig gut aus gefällt mir die spitzen ohren gefallen mir auch sehr gut das kleine schwanz das ist mega süß das ist mega süß das ist ein s tier pichos pichos süß p p finde ich eine gute vorentwicklung p ist eine also da ist mehr entwicklung drin als jetzt zwischen pp und pixi bei pixi ich bin ein bisschen größer und hab hier noch flügel aber pii finde ich halt auch diese braun diese braun oren die gefallen mir und da ist schon auch diese locke das ist ein a halt hier flüffeluff flüffeluff finde ich sieht auch mega süß aus ähm da wurden ja gerade die baby pokémon eingeführt glaube ich ne mit joto hm es kommen dann irgendwann noch mehr baby pokémon aber da wird es ein bisschen absurd muss ich sagen flüffeluff finde ich sieht ein bisschen merkwürdig aus dass er diese drei knubbel da auf dem kopf und dann hier vorne noch diesen swirl diesen konohagur konohagakure swirl ähm ist ein bild hier ja togepi müsste man ist ja das og baby pokémon das ja auch schon in der alten pokémon serie dabei war und auch immer pii prii prii togepi metronome trotzdem ein bisschen unart hier sorry togeattack finde ich ja ja finde ich auch ok finde ich ok finde ich ok ja schlechtes a aber trotzdem a nato nato finde ich cool nato ähm hat eine gute idee dahinter von optik her hm ja so ein topenfall vogel a a zatu finde ich auch noch sehr gut ist auch eine a vor voltilam ich mag voltilam sehr gerne als design also ich finde es so gut mit diesen komischen dingern hier am kopf ne diese diese bienartigen dinge und dann der schweif hinten mit der kugel gefällt mir und das ist blau die farb kombination gefällt mir sehr gut deswegen ist es ein s tier voltilam ist ein s tier vati finde ich wiederum nicht so geil weil vati ist also es ist eine gute weiterentwicklung es ist eine gute weiterentwicklung aber ähm finde ich halt nicht so geil wie voltilam ne voltilam ist super süß vati ok ich gehe jetzt auf zwei beinen man sieht den progress ne das das fell oder beziehungsweise die wolle geht langsam zurück in der nächsten stufe hat man ja das ampharos und ich finde das hier ist ein a das ist ein gutes a aber ampharos wiederum ampharos ist ein s tier ampharos sieht cool aus ich mache die kombination dass es dann aus dem schaf dass es nach und nach dann steht hell verschwindet und ist ein komplett anderes tier geworden aber man sieht halt da sind noch da ist noch die dna drin es ist eine sinnvolle weiterentwicklung finde ich also man sieht den progress das gefällt mir sehr sehr gut man hat ja noch den den schwanz den schweif gehabt man hat diese komischen dinger die vorher hier waren und jetzt nach oben gehen ähm und dann noch diesen kristall auf dem kopf gefällt mir gefällt mir sehr gut deswegen zurecht s tier blubella alternative weiterentwicklung zu duflor äh giflor fand ich sehr sehr cool ne aber blubella blubella ist eigentlich auch schon ist ein cutie aber ist ein a ist ein a für mich merrill merrill aka pikablu weil die ersten geliebten bilder von pokemon da dachten alle so was ist das wer bist du und wie nennen wir dich wie heißt du und die geliebten namen also die namen die die leaker gegeben haben das war pikablu weil wie sieht das pikachu ist blau pikablu ähm finde ich cool mochte ich auch in der pokémon serie tracy hat den merrill gehabt er ist ein s tier s tier ja eine kleine blaue kugelmaus gefällt mir a zu merrill mag ich überhaupt nicht a zu merrill das aus dieser großen kugelmaus stellt sich dann plötzlich heraus dass es äh ein hase ist nicht geil ne 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 ja deswegen es ist ein b tier das ist so ein downgrade mogelbaum ist geil mogelbaum hat schon diese swaggy attitüde wie das aussieht und die ganze zeit herumrennt ich in der serie fand ich hatte ich glaube ich mal gesehen da war es mega witzig ich finde an sich ist es sehr witzig auch die animationen in pokémon stadium oder den spielen waren auch sehr lustig äh wie man mogelbaum begegnet finde ich auch sehr gut also das ist ein s tier das ist und das ist dann kein gras oder ein pflanzen pokémon ist sondern ein gestein das macht mich fertig also ähm verwecklungsgefahr pur gefällt mir mogelbaum ist cool quack show noch eine alternative entwicklung und zwar zu von quapuzzi wenn man dem einen königsschlein gibt dann wird draußen quack show ne aus der karlquappe wird ein frosch ist echt cool das ist eine gute idee man sieht halt wie gesagt ich sag's immer sehr gerne ne die dna ne der ursprung des pokémons sieht man auf dem bauch noch mit dem swirl und äh dann hat man noch diesen noch ein a da oben ne will ich mal sagen ich find's mega süß das sieht cool aus das ist ein a das ist ein sehr gutes a aber reicht nicht für ein s habschroß sag mir nichts sag null gefühle zu das sieht süß aus das ist ein beet hier oh hubeluf 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 ist ein beet hier papunga ist ein beet hier ich hasse ich hasse griffel also das pokémon ist irgendwie geil designt es hat diesen psychoblick und hat diese diesen den schwanz wo dann auch diese finger dran sind aber ich hasse das pokémon ich weiß nicht warum ich find's super gut designt aber ich hasse das pokémon ich weiß nicht wo der hass her kommt aber ich hasse es nicht so sehr dass ich sage das ist ein e oder ein d b vielleicht ein c es ist ein c sonnenkern zoomkern sorry bro aber das ist eine sonnenblume da kann ich viel sagen c sonnflora sonnflora sieht gut aus sonnflora hat gute laune sonnflora sieht gut aus ähm bockt b janma was geht digga janma hm find ich gut eine libelle einzuführen die libelle sieht auch gut aus äh das ist ein c felino 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 mag ich felino ist ein axolotl mit wlan empfang und ähm das sieht süß aus das sieht mega süß aus das ist eine art hier morlort morlort gefällt mir morlort finde ich cool morlort hat swag hat so diese hat so einen netten blick sieht gut gelaunt aus ist ein art hier ah weitere evoli entwicklung siana siana schon swaggy siana ist cool mit dem gespaltenen schwanz Farbe ist cool der blick ist cool eigentlich ist siana schon echt gut er ist ein art hier nach tara wiederum finde ich ein bisschen cooler nach tara est hier ist es halt diese ringe die noch dazu kommen die farbe ne schwarz gelb finde ich ganz gut die roten augen das ist dann auch eines unlicht pokémon gefällt mir ganz gut das ist äh sehr cool krammoks 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 ja sieht aus wie eine hexe ist ein bild hier lacho king ist cool also erstmal wie es da steht ne mit dem händen auf dem rücken und dann die krone das muss das oben da zuweist ähm sorry das ding ist so geil das ist so gut lacho king ein großer fan von flag one lacho king ist ein s tier ja hail to the king baby traumfugel ich vergesse immer wieder dass es dieses pokémon gibt sagt mir nichts aber es sieht gut aus es ist nett designt es ist ein geist ein c tier ah ein inkognito ein buchstabe nette idee nette idee finde ich tatsächlich dass es viele davon gibt 26 plus ausrufezeichen und fragezeichen also als 26 buchstaben ah aber trotzdem irgendeine mystische also die geschichte dahinter cool das design wiederum ist ein c wien genau wien genau ist cool wien genau in der pokémon serie geil in pokémon naslocke hasse ich wie die pest aber ähm unabhängig vom pokémon naslocke ich finde das pokémon so lustig es sieht nur nach guter laune aus äh auch in smash bros das ist ein s tier ich mag es auch diesen kleinen schwanz da mit den augen ich habe keine ahnung was es ist ist es das echte pokémon ich glaube das ist das echte pokémon das wo ihn genau vorne das ist gar nicht das pokémon ne ist die geschichte dahinter so wenn ja schreibt es bitte in die kommentare dass dieses blaue ding einfach nur deko ist das wäre echt interessant s tier baby girafarig ich habe erst vor kurzem erfahren dass girafarig vorwärts rückwärts das gleiche ist ich bin so ein dummer mensch aber ja wenn man sich den namen einfach nur girafarig oder so durchliest und nicht viel darüber nachdenkt und jedes mal das pokémon sieht und denkt so ja das ist für mich uninteressant dann passiert das und für mich ist es leider auch uninteressant das ist ein b tier ne c c sorry das ist uninteressant das ist c das gleiche gilt auch für den tanzsapfen hier ein tanzsapfen mit augen das ist ein käferfogen das ist ein c tier frostelka frostelka das sieht ein bisschen interessanter aus ich mag die farben ich mag die farben die kombination ich habe keine ahnung was das sein soll bleibt bei c dummiesel ich vergesse auch immer wieder dass es dieses pokémon gibt das ist ein c tier scorgler scorgler finde ich cool scorgler ist ein flugskorpion finde ich schon sehr sehr interessant auch die kombination bodenflug die ist echt gut das ist gut deswegen ist scorgler ein art hier ein stahlos ich weiß gar nicht was ich onyx gegeben habe aber ich finde onyx irgendwie immer noch geiler als ein stahlos stahlos sieht mir zu aggressiv und edgy aus aber es ist trotzdem ein gutes pokémon es ist schon badass es ist badass stahl ne eines der ersten stahl pokémon ähm ja b für badass snobool snobool oh gott pitbull aber es ist so merkwürdig gemacht und ich mag das ich mag das snobool design auch in decklich pikachu das pokémon von ken watanabe ähm ja ich mag es ich finde ihn auch witzig der war ja auch im ersten pokémon film einer der rivalen von pikachu ist ein art hier granbull finde ich hässlich granbull ist grässlich granbull ist ein c tier ein baldorfisch das ist ein d tier das sieht immer besonders aus das ist einfach ein kugelfisch nein wir c es ist unfair weil ich habe hier dem tanzzapfen auch nur äh ein c gegeben und tanzzapfen ist eigentlich noch schlimmer also das ist ein c ja nochmal glück gehabt scherox ok ist ich glaube ich ein s tier gegeben weil sich auch badass ist scherox finde ich nicht so geil tatsächlich scherox ich mag die farben ich mag äh sein gesichtsausdruck ich mag die klauen aber nicht die klauen ich weiß nicht warum kram klauen macht halt diese sch... diese sichel mäßigen hände die er hatte ja klar kann sachen zugreifen und kann jetzt auch fliegen er kann nicht mehr fliegen ist jetzt stahl Trotzdem S-Tier Nicht so wie das von Sichler Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr geiles Pokémon Es ist badass Super badass S für super badass Potrot Potrot finde ich super Potrot ist ja auch ein Meme auf Dogly Shuckles 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 Oh yeah Es hat, glaube ich, eine sehr, sehr starke Verteidigung Es sieht einfach mega dumm aus Ich weiß nicht, es ist ein stumpfes Design Es ist ein B Skarabon mag ich Skarabon, eines der ersten Joto-Pokémon von Ash Das nette Pinsir, würde ich sagen Diese Käfer Die werden ja in Japan, glaube ich, eher als Zum Sammeln und Hirsch-Sumo Eingesetzt, glaube ich Gefällt mir ganz gut vom Design Wundert mich, dass es nicht in der ersten Generation schon von dabei war Aber könnte auch sein, dass es geplant war Aber nicht mehr reingepasst hat Weißen wir nicht Ihr kennt ja das mit Index-Nummern In der Joto-Edition ist es so Dass einige Pokémon Nicht Es nicht in die erste Edition reingeschafft haben Weshalb sie dann es jetzt in Joto gemacht haben Und Ja, deswegen Die ersten beiden Generationen sind noch so Bay Die sind also die OG-Dinger Wenn ich sage, ja, die ersten Generationen sind Die geilsten Dann schließe ich immer auch noch die Joto-Edition mit ein Skaraborn ist ein S-Tier Skaraborn ist geil Auch ein Kampf Käferkampf Ist geil Sneeble Sneeble und Licht-Eis Sehr, sehr coole Kombination, muss ich sagen Sneeble finde ich auch sehr cool Sneeble sieht garstig aus Und vom Design und Farben Ist ein S-Tier Ist ein S-Tier Oh, Teddy Osa Teddy Osa ist mega süß Du Flaner Fucker Ey, du hast unser Kickling gekillt Teddy Osa ist mega süß Ist ein A-Tier Osa-Ring ist ein riesen Grizzly Gefällt mir Hat halt noch diese Schulterpads Hat noch einen riesen Ring Das ist ein Osa-Ring Äh Ja, aber Außer diesen Schulterpads und dem Ring Hat es ja nichts Es ist einfach nur ein Bär Also so viel Design haben sie nicht reingebaut Also irgendwas Damit es von Tieren abgehoben ist Also ich möchte ja auch Dass es von echten Tieren ein bisschen abgehoben wird Na, Shiggy, Shiggy ist was anderes Shiggy ist B Ich mag immer Shitgrönen Ich mag die Ninja Turtles Und das hat dann noch Diesen Kringelschwanz Das ist geil Aber das hier ist wirklich ein Chrisly Bär Mit Hier so ein bisschen Ähm Ja, ist ein Beet hier Schneckmark finde ich langweilig Die Idee dahinter ist cool Ähm Auf die Geschichte dazu Dass es Heißer ist als Lava Und so Ähm Dass eigentlich alle Menschen In der Nähe von dem Ding sterben Oder von Makago war das glaube ich Einen von beiden Ist witzig Aber boah Ofenkäse, ne Der gute alte Ofenkäse Ist ein Zetier Oh, Makago sieht sogar noch schlimmer aus Also hier Schneckmark hatte ja noch diese komischen Dinger da Und das Makago schmilzt einfach dahin Und hat hinten noch einen Stein dran So einen brennenden Stein Ist ein Zetier Mag ich nicht Quinkle mag ich Quinkle sieht super aus Schönes Eisboden-Pokémon Ach Armes Bieser-Schwein Äh Ist ein Ist ein Beet hier Kaifel ist auch cool Äh Kaifel gefällt mir Halt immer so ein Pony hier Dass die Augen verdeckt Ist mir auch ein Beet hier Corazon Du Koralle mit Augen Ist okay Ist okay Ne Galada ist das Geist Ist ein Beet hier Remoride Jetzt kommt hier hässlich ein Fisch-Pokémon C-Tier Octillery Octillery sieht cool aus Octillery sieht aus Als wärst du ein Gegner Aus Zelda oder so Octillery finde ich Ist Ist Das was Nintendo ist Find ich Also Nintendo Design Das ist Octillery Das finde ich So sieht's aus Könnte auch ein Mario-Spiel sein Art hier Botogel Botogel finde ich lustig Ähm Finde ich natürlich wieder doof Das ist ein Pokémon Das das Items trägt Das hat ja so diesen Beutel bei sich Aber Es sieht so gut gelaunt aus Sieht mega nett aus Äh Hat immer Geschenke dabei Ist ein Eistief Auch diese Dinger hier Das ist cool Das ist ein Art hier Manntags Man dachte ja immer hier Manntags und der Fisch gehören zusammen Aber ist immer nur so gezeichnet Ich weiß auch nicht warum Manntags ist auch Flug-Pokémon Das ist ein Rochen Das ist ein nett aussehender Rochen Das war's eigentlich auch Das ist ein C-Tier Pansyron Finde ich Sieht geil aus Flugstahl-Vorgemon Auch die gute Kombination Äh Ist ein Beet hier Ist geil Aber es ist ein Beet hier Das ist ein cooler Hund Das ist ein Art hier Das ist ein sehr sehr guter Hund Aber Ja Hunduster ist gut Aber Hundemon Oder Hundemon Hundemon Hundum Ist ein Ästchen Das ist einfach Satans Satans Little Helper Das ist Satans bester Freund Der sieht böse aus Der sieht gut aus Gefällt mir So muss es sein Auch mal diesen Diesen Schwanz Diese Hörner Diese Attitüde Die dazukommt Ey Hundemon Ist geil Cedra King Ey Sepa Langweilig Ähm Das was danach kommt Cedra King Finde ich geil Cedra King Hat so Ich hab genug Shit gesehen Ich bin jetzt ein Altes Seepferdchen Und werde zum Drachen Ist gut aus Ich finde es sieht gut aus Hat ein bisschen mehr Mehr Ausdruck Ist eine Art Art hier Panfi Ist mega Panfi Panfi Finde ich mega süß Ist So Die kleine Maus Die Sendung mit der Maus Hat den kleinen blauen Elefanten Und das ist die japanische Version von Mega süß Ist eine Art hier Aber nicht süß genug Um es erst zu sein Dornfarn ist einfach Badass Also Dornfarn ist halt ein Elefant Mit so einer Panzerung vorne draus Aus Stein Ist zwar ein Boden Pokémon Aber ich will mal sagen Das ist Stein Hat dann noch diese komischen Sind das die Ohren mittlerweile Oder so Und dann hat er diese Stoßhörner dazu Also Dieses Pokémon Ist auf Radau aus Das ist geil Ist ein S-Tier Ist ein fucking S-Tier Porygon 2 Langweilig Hatte ich irgendwann schon in der Sendung erzählt Das hat ja eine niedrigere Indexnummer als Porygon 1 Dementsprechend geht man davon aus Dass dieses Porygon eigentlich in die erste Generation rein sollte Es aber nicht geschafft hat Und jetzt in die zweite Generation kommt Der Grund weshalb Porygon 2 schwerer ist als Porygon 1 Ist weil Datenpakete nach einer Zeit ja auch immer größer werden Und dementsprechend wurde auch Porygon 2 größer und schwerer Gute Erklärung Zählt hier Damirplex Damirplex ganz im Ernst Ich habe eine Geschichte mit dem Schaut euch gerne diese Pokémon-Folge an Pokémon Naslock of Rocket Beans TV Aber jetzt unabhängig davon Ja, natürlich hasse ich diesen Fucker Aber es ist auch ein hässliches Pokémon Man sehe sich bitte die Fresse an Von diesem Pokémon Es ist Es sieht einfach so aus, als würde es geschlagen werden Und was ist das da am Hintern? Ich kann es nicht erklären Ist das ein Ball? Ist das der Schwanz? Das ist ein ganz merkwürdiges Pokémon Es ist mega hässlich Deswegen zählt hier Nicht hässlich, dass ich es D gebe Es ist noch keine Es ist noch keine Rossana Farbpiegel Ja, nette Idee Finde ich sie trotzdem nicht geil aus Ja Also Hund mit dieser Baskenmütze Und das ist ein Maler Eigentlich eine sehr gute Idee Ich mag sowas Ich mag sowas, aber Sieht nicht geil aus Das ist ein C-Tier Rabouts Rabouts ist eine nette Idee Dass es so die Vorentwicklung ist Von Kickly und Noxchan Und dann aufgrund der Werte Dann sich weiterentwickelt So ein kleiner Grabbler Das ist ein B-Tier Capoeira Capoeira finde ich geil Capoeira, der kleine Breakdancer Ja Das ist ein B-Tier Oh, Cusilla Ach komm Cusilla finde ich schlimm Cusilla ist ugly Cusilla ist ugly wie Rossana Wie die Mama Das ist ein D-Tier Boah, und dann diese Attitüde Smoochop Ne, mag ich nicht Elikid mag ich Elikid, diese kleine Steckdose Die anzunehlektrik wird S-Tier Gutes Baby Pokémon Sehr, sehr geiles Baby Pokémon Gefällt mir Das ist lustig Sieht gut aus Der Gesichtsausdruck Magby Magby mag ich mehr als Magma Magby sieht super aus Magby ist mega süß S-Tier Die Frisur auch noch dazu Ja, diese Locken Mag ich Mülltank Das ist nur fucking Kuh Das ist nur fucking Kuh Aber Boah Irgendwie auch lustig Irgendwie schon lustig Das ist ein B-Tier Hey, Tera Hey, Tera Hey, Tera Ich weiß nicht Ich spür's nicht Ich spür's nicht Ich fühl's nicht Das ist ein Das ist ein C-Tier Raikou Raikou ist nicht Mein Lieblings Pokémon Von den drei Biestern Das ist ein B-Tier Finde ich geil Also Der Schwanz Das ist ein Blitz Und das hier vorne Mit dem Stern Also Ne, finde ich geil Entei finde ich cool Entei sieht halt einfach Glamourös aus Entei sieht Hat auch einen eigenen Film Pokémon 3 Das ist irgendwie cool Das ist ein Art hier Ein meiner Lieblings-Pokémon Der drei Biester Ist Zwickun Zwickun ist Ist einfach so Gut gebaut Also Auch Auch diese Haare Die dazukommen Diese Frisur Diese komischen Kopf Okay, ja Kann man darüber diskutieren Finde ich geil Und auch diese Schleifen Die da rum sind Sehr gutes Design Das ist ein S-Tier Lavita Hat Attitude Lavita ist Badass Das ist eine Art hier Pupita Oh, jetzt Verpuppt es sich Ja Saftkorn Kokuna Teilmäßig Wollte ja noch später Bei der Wurmkind So auch so sein Ähm Ne Mann Das ist ein Saftkorn Mit Augenbrauen Das ist ein Das ist ein B-Tier Despotar Gojira Badass Gestein und Licht Das ist ein S-Tier Sieht mächtig aus Despotar Ist ein potenziell Legendäres Pokémon Für mich Also Nicht nur legendär Es wäre Tatsächlich Ein Boxart Pokémon Finde ich Von der Optik her Sieht gut aus Gefällt mir S-Tier Gestein und Licht Da kann man nichts Gegen sagen Lugia Lugia ist geil Lugia ist mein Lieblings Legendäres Pokémon Dementsprechend ist ein S-Tier Psycho Flug Es gibt viele Geschichten Dazu Über den Erfinder von Lugia Beziehungsweise Der ihn designt hat Dass er eigentlich wollte Dass es ein Wasser Pokémon ist Aber die Leute von Game Freak Meinen Er ist legendäres Pokémon Wir können es nicht Wasser machen Es muss einen stärkeren Typen haben Es ist Psycho geworden Aber es wird überall Mit Wassern verbunden Mit Wassern Verbindung gebracht Weshalb Ist immer Wie soll ich sagen Leute immer Sich irren Wenn sie sagen Ah Lugia ist ein Wasser Pokémon Ist ein Psycho Pokémon Aber Der Designer Der wollte eigentlich Dass es ein Wasser Pokémon ist Deswegen Der Text Bezieht sich dann noch Sehr auf Wasser In den Filmen Ist sehr viel mit Wasser Zu sehen Selbst die Pokémon Karten Sind sich recht uneinig Was für ein Typ es nun ist Lustige Geschichte Es gibt eine sehr gute Did you know Gaming Folge Zu Lugia Sehr sehr tragisch Weil Der Designer von Lugia Dann auch Sich um den Pokémon Film gekümmert hat Pokémon Millennium Den zweiten Und der Typ Alkohol Drogenabhängig Also ich glaube Schmerztablen Oder was auch immer Großes Rauf und runter Und rauf und runter Sehr tragische Geschichte Zu dem Mann Der ihn Der Lugia Designed hat Lugia sollte auch Eine weibliche Stimme Bekommen in den Filmen Hat keine bekommen Was auch merkwürdig ist Warum nicht Ist ja geschlechtslos Und kann ich euch Nur empfehlen Schaut euch das gerne an Ja Lugia Esst hier Ho Oh Ja Das zweite Boxart Pokémon Ist ein Phönix Ein Phönix ist geil Aber der Phönix Ist leider nicht so geil Wie Lugia Ich hab Gehadert Ich wollte dem tatsächlich Ein Artier geben Das kann ich auch nicht mehr machen Das sieht zu gut Design aus Also das mit der Krone Die vielen Farben Das passt zu einem Phönix Ein auferstandener Vogel Aus den Flammen Das ist ein Esstier Das ist ein Esstier Celebi So dieses legendäre Pokémon Was mir irgendwie nichts sagt Das ist also Ich hab Augenringe Okay 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 Das ist eine Artier Was so süß ist Und das waren die 100 Joto Pokémon Diese Folge ging ein bisschen schneller Oder ging viel schneller Weil es nur 100 Pokémon sind Bei der anderen waren es ja 151 Da hab ich auch ein bisschen mehr erzählen können Da hatte ich mehr Trivia Hatte ich mehr Informationen gab Aber zu den anderen Pokémon Editionen Wozu ich jetzt auch noch ein Video machen werde Ist ja nicht so Dass ich nichts sagen kann Ich kann ja immer noch sagen Ob die geil aussehen oder nicht Ob sie mir gefallen Und ich werde bestimmt auch zu dem einen Oder anderen eine Trivia haben Weil ich gucke im Moment So viele Pokémon Videos Und erfahre gerade so viel Über die Pokémon Welt Also Seid gespannt Wenn euch das Video gefallen hat Dann hinterlasst doch ein Like Schreibt in die Kommentare Wie ihr das fandet Welches euer Lieblings Pokémon Aus der Joto Generation ist Und ansonsten Sehen wir uns dann nächste Woche wieder Wenn es in die Höhenregion geht Also bis dann Und bleibt gesund Bye bye Bis dann